Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1365. Heute mit den folgenden Themen. YouTube Music, genau genommen YouTube Podcast, AI, PIN, Apple TV, Bill Gates und der, oder die Aldi, der Laden da, wo man einkaufen kann. Genau, YouTube Music hat anscheinend schon bei den ersten Nutzenden da draussen die Podcast-Schiene mit hinzugefügt. Ich habe es schon mal erwähnt in der Daily und auch darüber im Podcast von Pogipsi.ch Network, dass eben Google wieder mal was einstellt und wieder was Neues reinmacht. Jetzt kommt bei YouTube Music ein Podcast mit rein, wie das Ganze funktioniert, dass wir erst zu sehen, wenn es dann soweit ist, irgendwann taucht dann der Reiter Podcast auf und dann solltest du da was wieder übertragen können, sprich deine Podcasterin haben. Und oder besser gesagt, du müsst ja am alten Ort exportieren. Ach was, ich glaube, ich mache da mal ein Video dazu. Für diejenigen, die es interessiert, wenn ich dazukomme diese Woche, sollte es noch ein Video dazu geben, wie man exportieren kann. Und dann zeige ich dir auch gleich, wie du das in einem sinnvolleren Player mit integrierst. Weiter geht es mit Human AI PIN. Das ist dieses Gadget, was Ende der letzten Woche aufgetaucht hat und für ein bisschen Furore gesorgt hat. Zumindest die technikbegeisterte Baul hat sich da natürlich aufgebrüstet und hat ein neues Gadget für sich entdeckt. Und oder eben auch nicht. Es kostet fast 700 Dollar. Es ist so ein kleines Teil, was einen Knopf daran hat und eine Kamera, dass du dir an die Kleidung tackerst und das dann über künstliche Intelligenz mit dir interagieren möchte. Es möchte die Zukunft des Smartphones sein, sprich das Smartphone ersetzen. Man braucht gar nicht mehr so ein Gerät in der Hand. Es soll immer an der Kleidung mit dir herumgetragen werden. Es kann Bilder machen, es kann Video machen. Dabei soll es aber auch ein rotes Licht dran haben. Das zeigt, Achtung hier, Aufnahme, damit das nicht wie bei Google ist, wo man dann Angst haben musste bei der Brille, dass man ständig gefilmt wird. Dann kann das Teil auch Dinge ausgeben, man möchte ja zwischendurch auch mal was sehen und dazu projiziert es was auf deine Handfläche, die du dann vor dich hältst, wo das Ganze drauf positioniert wird. Alles ein bisschen, ja, aber irgendwie hat es doch was. Mal schauen, ob wir sowas in näher Zukunft dann doch mehr sehen werden, ob das die Zukunft des Smartphones sein wird. Weiter geht es auch mit Apple TV+, also dem Fernsehanbietungsdienst, den Apple hat, nicht die Hardware. Und da möchte Apple anscheinend, und das soll man schon recht weit sein, für 800 Millionen Euro die französische Fussballliga kaufen. Also nicht die Liga als solches, sondern die Übertragungsrechte. Das, was sie ja schon in Amerika tun mit der Leisure League Soccer, wo sie zweieinhalb Milliarden Dollar hingeblättert haben. Und das, wo sie, sofern man den Gerüchtenglauben schenken mag, auch in Deutschland, in Spanien und in England sowas tun möchten. Also anscheinend soll man auch in der Premier League für England dran sein, an der La Liga, in Spanien und an der deutschen Bundesliga. Ich bin mal gespannt und hoffentlich müssen wir dann nicht noch mehr solchen Fernsehcontent oder Fussball-Content auf Apple TV+, schauen, wie das über Messi. Aber ja, auch das kann interessant sein, wenn man es dann mag. Weiter geht es mit Bill Gates. Der hat auf seinem eigenen Blog, wie immer Links in den Shownotes zu all den Themen, auf daily.geekdog.ch und oder in dem richtigen Podcatcher deiner Wahl, da hat Bill Gates ein bisschen georakelt. Und was will der junge Herr? Er meint zu wissen, dass in fünf Jahren wir eventuell vielleicht haben könnten einen künstlichen Assistenten. Das macht irgendwie das Teil, was wir vorher gesehen haben, eben dieses Pin-Teil, das AI-Pin, schon wieder ein bisschen interessanter. Aber diese künstliche Intelligenz, die soll dich ständig und überall begleiten. Es soll nicht nur mit Chat-GPT funktionieren, sondern auch diversen anderen Lösungen, alles in einem zusammen. Denn aktuell ist es natürlich schwierig, welchen Assistenten oder welche künstliche Intelligenz nehme ich für was. Da muss man immer wieder mal ein bisschen ausprobieren. Es kommen auch täglich fast gefühlt neue künstliche Intelligenzen auf den Markt, die wieder irgendwo was besser können. Und das soll einem eben diese künstliche Intelligenz abnehmen, die dann für einen das regelt, was man möchte. Also wenn man ihm kommuniziert, dass man ein Bill braucht, dann wird irgendwo was generiert für einen. Wenn man einen Termin haben möchte mit einem anderen Kollegen, dann muss man das nicht mehr selber tun. Denn meine künstliche Intelligenz macht das mit der künstlichen Intelligenz der Person gegenüber. Und die tauschen sich dann aus und machen einen Termin aus. Ja, klingt cringe. Soll es auch irgendwie sein, aber wer weiss, vielleicht ist das die Zukunft. Die Zukunft in der Schweiz wird so sein, dass 150 der 240 Aldi-Filialen einen öffentlichen Schnellladestation bekommen. Das ist nicht der erste Discounter, der das hier in der Schweiz macht. Bei Coop und bei Migros gibt es das schon. Die haben aber jeweils nur 22 Kilowatt-Ladestationen, die mit relativ langsamer Power dein Elektroauto versorgen. Beim Aldi, nee, doch, Aldi, jetzt hätte ich fast vertauscht, genau. Beim Aldi soll das so kommen, dass da Schnellladestationen bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung gestellt werden, die man dann während des Einkaufens nutzen kann. Damit sollte man innerhalb von 20 bis 30 Minuten, also so in etwa der Zeit, in der man ein Elektro- oder ein Einkauf tätigt, zwischen 10 und 80 Prozent an Leistung bekommen. Also von 10 auf 80 Prozent sollte man dahin kommen. Natürlich immer je nach Auto und Ladestation unterschiedlich. Aber das klingt doch schon mal interessant. Ich bin mal gespannt und hoffe, dass es in der Richtung bald mehr zu berichten gibt. Das war's dann auch mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten und erfolgreichen Start in diese neue Woche. Und wer weiss, vielleicht hören wir uns bald schon wieder. In diesem Sinne, bis dann. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.